Der Bundesverband unterstützt die Fachschultage, weil wir der Meinung sind, ich persönlich, aber auch wir als Verband der Meinung sind, dass wir gemeinsam mit allen Playern, mit allen Akteuren in der großen Malerbranche gemeinsam was machen müssen, dass wir die Probleme vor denen wir stehen, was den Nachwuchs angeht, sowohl in der Ausbildung, aber auch bei den Meistern, bei denen die Betriebe irgendwann übernehmen werde, nur gemeinsam lösen können. Wir brauchen auf allen Ebenen, bei den Schulen, da fängt es an, bei den Herstellern, bei den Verbänden, im Handel und alle die, die in der Branche unterwegs sind, müssen zusammenarbeiten und deshalb sind wir nicht nur bei denen, sondern auch bei den Fachschultagen hier beim zweiten Mal dabei und wollen mit den Fachschulen, mit den Schülern der Fachschulen gemeinsam die Probleme des Mahlerhandwerks lösen. Vielen Dank. 1 2 3 2 3 4 5 5 6 4 5 5 5 7 7